begrüße ich jetzt einmal ganz herzlich alle die da sind und freue mich über das interesse wir haben hier eine veranstaltung im rahmen der reihe www wenn weiber wirtschaften das ist eine reihe die wir anlässlich des frauentags gestaltet haben und beschäftigen uns heute mit den auswirkungen von covid also dem unwort dem derzeitigen auf die arbeitssituation der selbstständigen frauen aber auch der frauen der berufstätigen frauen allgemein vorweg möchte ich noch sagen wir haben wir zeichnen diese diese veranstaltung auf und verwenden dazu den spotlight modus das heißt im video sind nur die sprecherinnen zu sehen alle anderen sind unsichtbar in der aufzeichnung und deswegen verwenden wir für die fragen die von ihnen oder euch gestellt werden auch den chat also ich bitte alle wenn sie fragen gibt sie einfach in den chat zu stellen und immer wieder dort hineinschauen und das dann herein wollen die diskussion hier wir haben heute als expertin als die arbeitsmarktexpertin magister iris appiano kugel eingeladen sie ist herzlich willkommen sie ist die leiterin der abteilung arbeitsmarktpolitik für frauen beim arbeitsmarktservice österreich hat rechtswissenschaften genderpolitik feministische forschung studiert und ist expertin für arbeitsmarkt und gender mainstreaming sie setzt sich ein für die förderung von frauen am arbeitsmarkt und für gender diversity und ein besonderes asset sie kennt auch das leben als unternehmerin wenn sie war und ist auch soweit ich weiß immer noch ein bisschen nebenher selbstständig das heißt in vielerlei hinsicht expertin für unser thema worüber sprechen wir also wir sprechen über die arbeitsmarkt über die arbeitssituation auch die arbeitsmarktsituation natürlich der berufstätigen frauen denn fakt ist die frauen sind von der krise deutlich härter getroffen als die männer also das haben wir in den vergangenen wochen auch in den medien mehrmals lesen dürfen rund um den frauentag wird sowas immer gern thematisiert im restlichen jahr oftmals leider vergessen ja und die auswirkungen der krise auf die frauen im speziellen werden wir uns dann noch später anschauen aber auch was uns auch wichtig ist sich anzuschauen die möglichkeiten die die frauen nun haben vor allem auch die selbstständigen frauen welche möglichkeiten auch das ams in dem zusammenhang bietet denn auch diesen rettungsanker werden einige brauchen also die diskussion dazu die läuft im web speziell in den spezifischen gruppen wo die politisch drumherum zu tun und damit wir wissen wovon wir sprechen starten wir gleich einmal mit ein paar folien zu zahlen fakten daten leni darf ich mich bitten einmal unsere folien einzublenden wo man sieht wie viele selbstständige es in österreich überhaupt gibt das sind das sind 168.521 personen also so genau wird es jetzt nicht stimmen aber das sind zahlen die stammen aus dem rechnungshof bericht zur einkommenssituation in österreich und ausschließlich selbstständig sind davon aber nur 355.000 also nur 41 prozent das heißt der größere anteil ist selbstständig und unselbstständig zugleich also wir nennen die hybrid unternehmen der frauenanteil ist wenn man so den durchschnitt anschaut in etwa bei 40 prozent aller selbstständig erwerbstätigen weiter die frauen ziehen bei den gründungen nach also immer mehr frauen gründen auf unternehmen der anteil steigt das sieht man an dem pfeil auf der linken seite da waren die letzten zahlen die wir finden konnten aus dem jahr 2019 also noch vor der krise vom krisenjahr habe ich noch keine zahlen die werden im laufe der nächsten wochen vermutlich erst veröffentlicht und ein gar eine ganz wichtige kenngröße für die situation der selbstständigen frauen sind die einkünfte da haben wir aus dem rechnungshof bericht die nettoeinkommen herausgezogen die selbstständigen männer verdienen medianeinkommen das bedeutet 50 prozent verdienen mehr und 50 prozent weniger als das 16.419 euro im jahr das sind keine monatseinkünfte sondern jahreseinkommen die frauen verdienen sogar weniger als die hälfte nämlich nur 8343 euro im mit im durchschnitt pro jahr eine verheerende zahl meiner ansicht nach und das wie gesagt noch vor corona denn die selbstständigen einkommensdaten sind ja immer verzögert erst für die statistik aus der zu bekommen das heißt ich gehe davon aus dass es im vorigen jahr natürlich noch deutlich schlechter war und das heißt frauen haben deutlich weniger als einen tausender im monat zur verfügung wenn sie selbstständig arbeiten das deckt sich im übrigen auch mit einer studie die wir selbst bei vier jahren durchgeführt haben wo auch herausgekommen ist dass die einkommenssituation der selbstständigen frauen eine wirklich schlechte ist und das hat ja auch konsequenzen wie wir wissen also pensionen zum beispiel hängen ja an den lebenseinkünften und pensionen der selbstständigen frauen mag ich mir gerade gar nicht ausmalen weiter bitte ja auch so ein ewiges thema es ist es schwärzt dass es immer noch so ist und wir haben bewusst das klischeebild dann eben hingegeben weil es ist die realität der haushalt ist weiterhin weiblich die hausarbeit die familienarbeit hängt immer noch ganz stark an den frauen diese zahlen sind auch von vor kovid ich vermute dass es auf keinen fall besser geworden ist es gab auch kürzlich artikel dazu dass die das diese vermutung verstärken es sind zwar auch männer vom home office betroffen gewesen aber eingebracht haben sich weiterhin die frauen deutlich stärker in die familienarbeit weiter bitte die letzte folie weil das auch wichtig ist für selbständige zahlen zur vermögensverteilung in österreich zeigen dass die männer deutlich mehr vermögen im durchschnitt haben als die frauen das ist der durchschnitt ja da gibt es die super reichen die da natürlich auch dabei sind wie auch diejenigen die gar kein vermögen oder sogar schulden haben fließen auch die daten von wohnungs- oder hauseigentum und dergleichen ein fakt ist frauen haben deutlich weniger vermögen im durchschnitt zur verfügung und das ist für unternehmerinnen und unternehmer insofern extrem relevant weil es für jede art von besicherung beispielsweise für überbrückungsfinanzierungen ein riesiges kriterium ist was habe ich denn überhaupt um eine finanzierung zu besichern selbst bei unterstützungen durch die öffentliche hand ist das eine notwendigkeit und deswegen ist es für frauen viel schwieriger auch an finanzierungen zu kommen ja damit bin ich mit meinem teil zahlen daten fakten fertig und würde jetzt gerne an frau piano kugler übergeben die uns auch einiges mitgebracht hat an information vorweg und ich stelle gleich mal die frage wie geht es denn den berufstätigen frauen in österreich momentan ja ich habe mir gerade gedacht dass unsere zahlen daten fakten und sehr sehr gut zueinander passen also der unterschied ist nicht der zwischen selbstständigen frauen und unselbstständigen frauen sondern eher ja wie soll ich sagen frauen mit kindern frauen ohne kinder weil die mehrheit der frauen die moment kinder haben wissen ganz genau das homeschooling und und home working die ihren job haben extrem belastend ist die dikant job haben sollen in der existenziellen krise und kämpfen mit der perspektive jeder einen job zu finden oder zurückkehren zu können ja leider passen unsere zahlen die harmonieren auf unangenehme weise sag ich mal weil es wie die frauen einfach momentan wirklich nicht gut ausschaut und ja ich würde am besten mal starten es ist natürlich die perspektive in der präsentation jetzt auf die unselbstständig erwerbstätigen frauen allerdings was man vergisst wenn man selbstständig ist ist dass man vielleicht mal unselbstständig erwerbstätig gearbeitet hat und das kann in zeiten wie diesen natürlich sehr relevant sein weil wenn man wenigstens einmal ein jahr lang unselbstständig erwerbstätig gearbeitet hat dann hat man einen anspruch auf arbeitslosengeld und was auch die wenigsten wissen ist dass die selbstständige tätigkeit eine sogenannte rahmen die fristbestreckung darstellt das heißt man kann sehr lange also 15 jahre war meine letzte info da muss man genauer schauen auch aber sehr lange zurück diesen anspruch auch geltend machen beim ams insofern macht es einen sinn genauer in den lebenslauf mal zu schauen ob es dann nicht noch die eine oder andere unselbstständige erwerbstätigkeit gegeben hat die in summe dann an anspruch ergeben kann gut wie schauts aus nächste folie also mein kernthema das kernthema meiner abteilung ist der arbeitsmarkt und die gleichstellung des arbeitsmarktservice hat sich zum ziel gesetzt die horizontale aber auch die vertikale segregation zu bekämpfen und alles zu tun damit frauen auf ökonomisch sichernde arbeitsplätze auch vermittelt werden und auch den einkommensgeb zu verhindern das zählt zu unserer unternehmenslehne an das ist uns wirklich wichtig und dafür tun wir einiges nächste folie bitte die nächste folie ist insofern spannend als wir damit die entwicklung der gleichstellung regelmäßig überprüfen also diesen index hat das wifo das erste mal im jahr 2015 erstellt und seither schauen wir kontinuierlich drauf wie sich anhand dieser vier bereiche nämlich arbeit einkommen bildung und familie das das die gleichstellung entwickelt und die stellung der frauen am arbeitsmarkt kann man eben nicht nur an der erwerbstätigkeit festmachen ob selbstständig oder unselbstständig das ist ein vieler komplexeres fällt um dann tatsächlich von gleichstellung um echter gleichstellung reden zu können oder nicht daher haben wir diese vier teilbereiche entwickelt und diese vier teilbereiche wiederum untergliedern sich in 14 teilbereiche die mit vielen verschiedenen indikatoren gefüttert werden also arbeit zum beispiel ist unterfüttert mit der geschäftigungsintegration dann die segregation die horizontale vor allem also horizontale segregation heißt die die einteilung des arbeitsmarkt in rosa rot und himmelblau das heißt es gibt frauenbranchen die traditionell niedrig bezahlt werden und männerbranchen die traditionell viel höher bezahlt werden energiebau energiewirtschaft wasser wirtschaft wasser wirtschaft zum beispiel ist eher höher bezahlt männerlastig industrie produktion frauenlastig ist gesundheitssozial ist jedes was wir wir alle denken der handel natürlich ja das ist frauenlastig das nennt man horizontale segregation und die fließt da auch ein die arbeitszeit fließt ein die berufliche position und auch die arbeitslosigkeit selbst beim bereich einkommen wiederum ist es das einkommen allgemein beim berufseinstieg weil schon da basiert diskriminierung wie wir wissen nicht erst später wenn kinder kommen etc wo es nur verständlicher wäre und der niedrige lohnbereich denn natürlich auch aufschluss gibt im bereich bildung ist es die ausbildungsstruktur also die geschlechtsspezifischen unterschiede im bildungsstand und bildungsverhalten da lasse ich sagen dass die mädchen überproportional häufiger schulen höhere schulen besuchen und die burschen tendenziell eher in die lehre gehen wenn man jetzt die masse betrachtet die weiterbildungssituation und die frage nach ausbildungsadäquat der beschäftigung hinterher natürlich dann im bereich familien sind es die familiären verpflichtungen nämlich der frauen und männer anteil an carenzierung die erwerbs- und beschäftigungsquoten für eltern mit kindern unter 15 das einkommen von männer und frauen vor und nach der carenz also all diese indikatoren fließen damit ein und bilden dann diesen index was sagt der index aus also gemessen wird an 100 prozent männerwert also der frauenwert wird im prozent des männerwerts im durchschnitt angeführt und bildet insofern das geschlechterverhältnis innerhalb dieser variablen ab der gesamtindex für österreich liegt bei 73 prozent das heißt in diesen vier fällen gesamtösterreichisch betrachtet erreichen frauen 73 prozent von diesen gleichstellungsindikatoren wo männer 100 prozent erreichen was fällt innerhalb dieser indizes auf da fällt das sticht die bildung ins auge also während der arbeit einkommen und besonders bei familien und da wissen wir alle das hängt natürlich einerseits an der verteilung der unbezahlten arbeit ab die von zu zweit dritten immer noch von frauen geleistet wird aber es hängt auch von den kinderbetreuungseinrichtungen dem mangelnden ab die dazu führen dass die frauen am bewerbsleben nicht zuteil haben können also da sind die niedrigsten indizes und bei der bildung wiederum sieht man da ist eine übererreichung auf der frauenseite was damit zu begründen ist dass es mittlerweile schon mehr frauen gibt die höhere schulen abschließen und auch in manchen bereichen insgesamt mehr uni absolventinnen also da haben die frauen mehr prozentanteil und erreichen über und das durchbricht auf die jahrelange geschichte die uns also uns frauen erzählt wurde dass wir nur wenn wir gut ausgebildet sind und endlich gleich viel frauen wie männer matura haben gleich viel frauen wie männer studieren dann werden wir ganz automatisch dasselbe verdienen dann werden wir ganz automatisch dann ist die gleichstellung hergestellt und da braucht man so faktisch sonst gar nichts mehr machen das wird reichen und wie wir jetzt sehen ist einfach das reicht nicht also wenn das das kriterium wäre müssen alle anderen indizes auch wesentlich höher liegen ok nächste folie bitte ja das ist der gleichstellungsindex gesamt und an dem kann man erkennen dass es den frauen wohl in wien eindeutig am besten geht und der gesamtindex den hab ich schon erwähnt bei 23 und bei ja 20 20 bei 73 prozent liegt das ist insofern gute nachricht dass 20 15 lagert bei 20 bei 70 prozent also das ist immerhin eine steigerung wenn auch eine homöopathische aber immerhin es geht aufwärts jetzt wird man in den nächsten jahren sehen was uns korona da angetan haben wird gut nächste folie die horizontale segregation ja da kann man eigentlich das ist jetzt nicht die aller aktuellste folie was aber insofern nah ist sogar aktuell es ist aber egal weil das ist der massen hartnäckig und verändert sich von jahr zu jahr nicht also die von jungen frauen am häufigsten gewählten lehrberufe sind hartnäckig und nach wie vor handelsriseur und büro die sind berufe wo es kaum aufstiegsmöglichkeiten gibt wo es wenig möglichkeit für vereinbarkeit gibt wo auch die löhne extrem niedrig sind und was auch ein kleines stück weit diesen gewählten gender pay gap erklärt aber das ist nicht die einzige erklärung im gegensatz zur herstellung von waren also industrieproduktion energieversorgung wasserbau da ist der frauenanteil extrem niedrig und da wird aber traditionellerweise auch mehr verdient und ich habe es eh schon zuerst erklärt mit himmelblau und roserot die klassischen frauenbranchen wo der frauenanteil einfach weit über proportional liegt ja die gute nachricht auch da gibt es eine gute nachricht immerhin ist der zehntäufigste lehrberuf von mädchen gewählt schon die metallfacharbeiterin und da wird ein bisschen mehr verdient ich kann auch nur jeden jeder person die sich ins klassische frauenfeld hinein bewegt raten den fit rechner auf der ams homepage anzuschauen dort sieht man wo die einstiegsgehälter in den jeweiligen branchen liegen und dann kann man sich doch noch mal überlegen ob man wirklich eine branche wählt bei der berufsentscheidung die so niedrige grundlöhne hat ok nächste folie ja ich ersprach jetzt den berühmten gender pay gap das ding gibt es wissen wir alle aber leider gottes ist er ansteckend und führt sich leider gottes auch fort steckt das arbeitslosengeld an also wenn ich vorher wenig verdient habe habe ich nachher auch wenig arbeitslosengeld das aha erlebnis bei dieser folie ist dass männer mit und ohne migrationsgeschichte mehr arbeitslosengeld bekommen als frauen ohne migrationsgeschichte wird man auch nicht glauben auf den ersten blick und die nächste folie bitte er ist wirklich hoch infektiös das passt irgendwie zu der zeit nämlich steht auf die notstandshilfe an die natürlich vom arbeitslosengeld abhängig ist und auch da setzt sich das bild fort männer mit und ohne migrationshintergrund haben auch mehr notstandshilfe als frauen mit und ohne migrationshintergrund und ja so schaut es aus also diese diese entscheidungen am anfang und die strukturellen die gegebenheiten die am beginne eines frauen berufs lebens vorhanden sind führen im ergebnis dann zu zum beispiel diesem arbeitslosengeld und dieser notstandshilfe nächste folie bitte ja das ist einer meiner lieblings folie den kann man wirklich nur jeder frau möglichst rasch in die hände drücken nämlich es gibt es auch das folie vom ams da sieht man ich erzähle jetzt nicht drunter aber da sieht man sehr schön dargestellt wie sich diese klassischen lebensentscheidungen die frauen treffen da man müssen da man zu dann auf das einkommen und schlussendlich auf die pension auswirken und das ist schon ganz schön dramatisch und was auch die wenigsten wissen wissen ist also was die meisten kennen ist dass man bei der pva schulzeiten und ausbildungszeiten nachkaufen kann das ist allgemein wissen was aber die wenigsten wissen ist dass man dort auch einzahlen kann damit die pension höher wird es gibt die freiwillige das freiwillige höher zahlen einzahlen in die pensionsversicherung damit sich die pension später verbessert und je früher man damit beginnt freiwillig höher einzuzahlen umso umso höher umso mehr rechnet sich das und rechnet sich auch dann später in der pension jeder kennt die privaten pensionsversorgen an die so prominent empfohlen werden im moment weil natürlich die die zweite säule wird gesagt allerdings an dem zu bedenken dass die pva wahrscheinlich doch noch sicherer ist als jede private pensionsvorsorge und das aufzahlen in diesem bereich jedenfalls sie macht also ich rate es mittlerweile jeder frau die teilzeit arbeitet wenigstens einen kleinen teil ihres ohnehin schmalen einkommens doch dafür zu verwenden dass die pension später mal besser wird also im alter ist die armut leider totes weiblich und das erklärt sich wie man es hier sieht einerseits aus den berufsunterbrechungen und aus der teilzeit die wie wir wissen in der regel familien und und ja aus der aus der aus der der kinder natürlich resultieren nächste folie bitte ja kommen wir schon zum thema nummer eins die coronakrise das ist etwas was uns beschäftigt da haben wir zum ersten mal im monat märz am 20 drauf geschaut da ist zum ersten mal die die frauenarbeitslosigkeit gestiegen jetzt im moment schaut es recht dramatisch aus also seit drei monaten steigt die frauenarbeitslosigkeit signifikant höher an als die männerarbeitslosigkeit was insbesondere zu erklären ist aus dem einbruch in tourismus gastro und beherbergung auch reinigung dessen traditioneller weise frauenjobs und daher steigt im moment die frauenarbeitslosigkeit dramatisch wenn man es dann aufs jahr rechnet im jahr 2020 war es dann in summe so dass die frauenarbeitslosigkeit wiederum nicht höher war aber momentan schaut es aus also dass es im moment letzten drei monate so ist dass die frauenarbeitslosigkeit höher gestiegen ist was auch spannend ist aber jetzt war keine folie aber das haben wir herausgefunden zwei dinge sind signifikant erstens die frauenarbeitslosigkeit innerhalb der höher gebildeten frauen steigt signifikant höher das ist zum ersten mal so dass man nicht mehr sagen kann dass eine höhere bildung von risiko der arbeitslosigkeit schützt also das ist in der coronakrise nicht so und was auch augenfällig ist auch die arbeitslosigkeit der wiedereinsteigerinnen ist signifikant höher gestiegen wobei wiedereinstieg euphemistisch ist weil viele frauen bekommen zuerst das kind steigen dann ein also die steigen zum ersten mal ein und nicht wieder das ist eine gruppe da muss man auch noch mal genauer hinschauen nächste folie bitte ja die kurzarbeit aus kleiner sicht das ist in der tat eine spannende folie weil wir lange nicht wussten wie der frauen und der männeranteil unter den bezieherinnen der kurzarbeitsbeihilfe wie dieses verhältnis ausschaut weil bei uns wird es bezeichnet als projekte also ein unternehmen beantragt kurzarbeit da wissen wir nicht ist der antragsteller männlich oder weiblich ist auch unerheblich erst bei der auszahlung der kurzarbeitsbeihilfe und erst dann bei der abrechnung wissen wir monate später wie ist das verhältnis männlich weiblich bei der auszahlung dieser kurzarbeitsbeihilfe ich habe dann eine abfrage von mir und da sieht man da muss man jetzt einige dinge dazu erläutern nämlich punkt eins die sogenannte normal arbeitszeit die überwiegende mehrheit der frauen der teilzeit arbeitet ist die sogenannte normal arbeitszeit der frauen niedriger als die der männer umgekehrt ist die zahl der ausfallstunden höher im prozent allerdings heißt das dass im verhältnis die frauen mehr kurzarbeitsbeihilfe in anspruch nehmen als männer im summe in der jahresbetrachtung haben sie aber wiederum weniger ausfallstunden als die männer im summe also wenn man da jetzt sieht dass die anzahl der personen männlich weiblich also 534.000 zu 694.000 kann man sagen naja nicht ganz ausgewogen ein bisschen weniger frauen aber von den beihilfenblizier ihnen ist es so ja also gibt gibt ist es nicht ganz ausgewogen aber fast wenn man allerdings dann schaut auf die auf die stunden der normal arbeitszeit nämlich 345.000 zu 250.000 dann sieht man da spiegelt sich deutlich die teilzeit wieder also da ist es ganz klar das ist die teilzeit im verhältnis dazu relativ hohe ausfallstunden und dann wird es ganz eklatant natürlich bei den kostenvorausfallstunden wo sich wiederum der jahresbetrachtung widerspiegelt also mit den männern 2047 und bei den frauen 1732 ja ich habe diese erläuterungen in der nächsten folie dazugenommen falls sie das verwenden wollen weil das was ich jetzt erzählt habe ist ein bisschen komplex und da kann man es nachlesen daher nächste folie ja das habe ich am anfang gesagt das sind so die ams ziele die bei uns im alzheimer service gesetz auch gesetzlich festgeschrieben sind und die so in der ams dna auch festgeschrieben sind nämlich dass wir frauen und männer gleichermaßen auf die ökonomische unabhängigkeit sichernde arbeitsplätze integrieren wollen dass alle zugang zu allen berufen haben sollen sprich wir wollen die horizontale segregation und auch die vertikale durchbrechen und wir wollen natürlich den gender pay gap schließen also das sind definierte ams ziele ja nächste folie bitte ja jetzt wird es ein bisschen spezieller nämlich wie wollen wir das tun also was ist die antwort auf diese ungleichheiten die jetzt das ams schon sehr lange gibt wir schauen uns diese vulnerable gruppe am arbeitsmarkt der frauen an und identifizieren dass insbesondere der wiedereinstieg so ein zeitpunkt in einem frauenleben ist wo man auch der männer aber es ist es ist eine homöopathische gruppe männer die wieder einsteigt und die steigen dann auch besser ein als die frauen aber bei den frauen ist es tatsächlich eine vulnerable phase das heißt wir unterstützen an dieser stelle mit einem eigenen programm mit dem programm kursangebot wieder einstieg mit zukunft wir qualifizieren frauen in handwerk und technik und zwar bis zum lehrabschluss und darüber hinaus wenn die frauenquote in dem jeweiligen bereich unter 40 prozent ist mitunter sogar bis zum hochschulabschluss das heißt man wird vom ams unterstützt und kann studieren unter bestimmten voraussetzungen die man sich natürlich genauer anschauen muss aber auch das wenn man wenn man jetzt im moment das gefühl hat man findet nicht mehr fuß in der eigenen branche oder das wird nichts mehr mehr mit der selbstständigkeit dann so schnell wie möglich zum ams weil der zeitpunkt für qualifizierung ist im moment sehr günstig wo kann ich mich dahin wenden entweder direkt zum ams da gibt es die sogenannten mit zentren berufsinfo zentren vom ams oder man geht in ein frauenberufszentrum kann man googeln in einem frauenberufszentrum steht im zentrum die orientierung das heißt ich werde dabei unterstützt einen anderen beruf zu finden aber auch die qualifizierungsberatung laufbahnberatung man unterstützt mich dort kinderbetreuungsfragen schuldenfragen et cetera zu lösen das machen die frauenberufszentren an die kann man sich wenden dann haben wir auch noch ein programm des kompetenz mit system das heißt dass insbesondere menschen die saisonal gefordert sind und saisonarbeit haben die sind immer wieder einmal arbeitslos dann wieder nicht kommen zum ams sind dann wieder im job das heißt das arbeitsjahr setzt sich zusammen als episoden von erwerbstätigkeit und arbeitslosigkeit und in den phasen der arbeitslosigkeit immer wenn ich beim ams bin kann ich modulartig eine ausbildung durchlaufen das heißt ich muss mich nicht entscheiden dass ich die nächsten drei jahre oder ein jahr oder zwei jahr nur mit ausbildung beschäftigt bin sondern bei den programm kompetenz mit system kann ich modular meinen lehrabschluss zum beispiel nachholen in momentan 16 berufen und natürlich kooperiert das ams mit zahlreichen frauenberatungsstellen und einrichtungen wo ich auch beratung und qualifizierung mir holen kann gut nächste folge ja das ist noch zur information der frauenanteil an den geförderten personen was man da sieht ist dass das ams mehr frauen als männer fördert und das ist auch gut so weil die mehr gefördert werden müssen spannender ist dann die nächste folie nämlich der frauenanteil am förderbudget da war lange jahre das ziel 50 prozent frauenanteil am förderbudget zu erreichen seit letztem jahr ist das ziel nicht nur 50 prozent sondern 3,5 prozent höher förderung als ausgleich für die benachteiligungen am arbeitsmarkt da kann man natürlich auch hinterfragen ob die 3,5 prozent ausreichen und auch wieso 3,5 prozent das ist nicht nur eine schlechte entscheidung warum weil das die förderquote abhängig ist vom frauenanteil an der arbeitslosigkeit das heißt je höher der anteil der frauen an der arbeitslosigkeit schlag ich 3,5 prozent drauf und bin bei dem ziel das ich erreichen möchte um zu sagen ja sie sind adäquat am budget beteiligt worden und wenn jetzt die frauen arbeitslosigkeit steigt und zwar deutlich über 50 prozent dann wäre ein 50 prozentiger frauenanteil am förderbudget natürlich zu wenig insofern ist das ein gutes ziel aber ich hätte natürlich schon auch gerne und das sage ich immer wieder mindestens 50 prozent und das was 3,5 prozent drüber ist aber gut da darf man auch nicht vergessen dass wir uns jetzt in den jahren befinden wo das frauenpensionsalter angehoben wird das heißt wir erinnern uns die donna hat damals gefordert dass das frauenpensionsalter dann anzuheben ist wenn die faktische gleichstellung erreicht ist die ist nach wie vor nicht erreicht das pensionsalter wird jetzt trotzdem angehoben damals hat niemand daran gedacht dass dieses rasche anheben des frauenpensionsalters vor allem jetzt in dieser coronaphase zu einer recht dramatischen erhöhung der frauenarbeitslosigkeit auch ohne corona schon führen wird das hat man sich damals nicht überlegt das kommt jetzt noch dazu zu corona dass in den nächsten jahren also ich glaube wenn es nicht eh schon 22 21 beginnt die nächsten jahrgänge immer ein halb sehr später in pension gehen werden und diese frauen in der momentanen lage nicht so leicht beschäftigung finden werden am arbeitsmarkt das heißt die frauenarbeitslosigkeit wird auch aus diesem grund höher steigen und da müsste man sich natürlich politisch überlegen ob gerade dieses rasche ansteigen des pensionsalters also zwei sachen erstens ob es überhaupt gescheit ist so wie es den frauen geht das pensionsalter anzugleichen wo man die kinderbetreuungszeiten etc. bei weitem nicht in dem maße anrechnet und angleicht und einpreist wie es sein sollte und zweitens ob es ob ob dieser rasche anstieg an sinn macht wann jetzt eher krise zu bewältigen ist und dann das als herausforderung bei dem thema arbeitslosigkeit einfach noch dazu kommt ok nächste folie ja jetzt wird unser ausbildungsprogramm wo man erfreulicherweise sieht dass jährlich die teilnehmerInnen steigen das ist gut so kann aber gar nicht viel genug sein also wir sind fest entschlossen frauen in zukunftsträchtige berufe zu qualifizieren und zu schauen dass sie über diesen weg einfach teilhaben können an an mehr einkommen mehr vereinbarkeit und etc. gesellschaftlichen ressourcen schlicht nächste folie bitte ja der libereinstieg das ist etwas was ich vorhin schon erwähnt habe da sieht man die homöopathie bei den männlichen libereinstiegern und die 87 prozent sind es oder 88 prozent 88,7 frauen bei den niedereinsteigerInnen und dann haben wir vor jahren einmal untersucht wie frauen und männer wieder einsteigen und da wissen wir auch dass die männer besser wieder einsteigen als die frauen weil einfach differenzzeiten kürzere sind auch und weil dann ein faktor der strukturellen diskriminierung auch noch dazu kommt wo man auf der frauenseite die gelegenheit manchmal auch nutzt ob bewusst oder unbewusst zu dequalifizieren und nicht den selben job wieder her zu geben wie ursprünglich beim ausstieg ja grüß die niedereinsteigerInnen nächste folie bitte ja und was man da sieht ist der wunsch nach dem beschäftigungsausmaß das ist auch sehr bezeichnend weil man erkennen kann dass die mehrheit der männer sich einen vollzeitjob wünscht nach dem niedereinstieg während auf der frauenseite die 9,2 prozent sind glaube ich frauen die sich vollzeit wünschen sind deckungsgleich mit den alleinerzieherInnen das ist jetzt nicht empirisch aber ich vermute das weil wir auch wissen dass innerhalb der frauen die meisten vollzeit arbeiten die alleinerziehenden sind ganz einfach weil sie es nicht anders leisten können wie mir überhaupt ein rätsel ist wie man jetzt in dieser zeit das auf die reihe kriegt ich finde da ist schon längst ein Denkmal fällig und ich weiß nicht was sonst noch fällig ist weil das ist eine unvorstellbare Leistung die überhaupt nicht gesehen wird und ja kann ich nur sagen jabon jede Frau die momentan allein erzieht und Job und Kind rupt oder auch noch Arbeitslosigkeit das ist mehr als heftig ja die Mehrheit wenn man es sich irgendwie leisten kann sich in einer Partnerschaft oder Ehe befindet will Teilzeit und was schon schockierend ist dass sich die Teilzeitquote jetzt mittlerweile den 50% annähert und das ist höher als in den 70er Jahren damals muss man sagen war natürlich Out-of-Leber-Force ein Riesenthema aber die Frauen die gearbeitet haben waren nicht in Teilzeit die waren Vollzeit und das ist jetzt kein Fortschritt dass dermaßen viele Frauen in Teilzeit arbeiten und ein Fortschritt ist es auch nicht dass sie sich Teilzeit wünschen weil warum wünschen sie sich Teilzeit? weil es insbesondere am Land keine Kinderbetreuungseinrichtungen und schon gar nicht für unter Dreijährige gibt und das ist tatsächlich ein hochpolitisches Thema das mich gerade in der Woche mehr als beschäftigt und da braucht es wirklich da braucht es jetzt was weil sonst können wir uns von der Erbsarbeit der Frauen dann mal verabschieden sage ich in aller Drastik tut mir leid aber das emotionalisiert mich ok nächste Folie bitte Frauenberufszentren ja da gibt es natürlich Überschneidungsmengen die Frauenberufszentren werden sehr gern und häufig besucht wie man an den Zahlen sieht und auch da steigt die Anzahl der Frauen die da kommen kontinuierlich man sieht es noch einmal nach Alter es sind alle Frauen herzlich willkommen es gibt in drei Bundesländern nämlich Wien, Steiermark und Kärnten auch sogenannte Mädchenberufszentren als Berufszentren für junge Frauen und Mädchen die Jünger sind jetzt 25 Jahre und ein Wohnenschweinerabteilung wäre schon dass man natürlich in jedem Bundesland auch ein Mädchenberufszentrum für junge Frauen und Mädchen installiert das ist schon auch ein Ziel aber auch das gibt es und da ist auch wichtig dass man das weiß und dass man auch danach sucht wenn man es braucht da geht es natürlich vor allem bei den Mädchen um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und um Orientierung in nachhaltige, zukunftsträchtige, sinnvolle Berufe aber auch um Aufklärung natürlich geht es auch darum weil in der Schule wird nicht gelernt was es heißt wenn man heiratet und beschließt beide gemeinsam teilen sich die Lasten der Vereinbarkeit zu 50-50 und dann ist aber so dass der Mann mehr verdient und die Frau halt weniger und dann steht man vor der Entscheidung naja wer bleibt jetzt zu Hause und da haben wir es dann also dann ist zu spät das muss man vorher verhandeln und das muss man vorher wissen auf was man sich da einlasst und ich denke also meines Wissens Augen auf bei der Partnerwahl ist dort auch ein Thema also es gehört alles dazu ja da finden sich auch viele Wiedereinsteigerinnen das ist auch für Frauen mit Migrationshintergrund ein ganz wichtiger Ort weil es ein Frauenraum ist Frauen haben nicht die selben Ressourcen wie Männerraum gehört zu den Ressourcen und oft ist es die erste Möglichkeit überhaupt rauszukommen aus so traditionell männlich geprägten Verhältnissen deswegen ist es auch wichtig und wir haben uns auch bemüht dass die wie die Asylwelle war die Flüchtlings die Flüchtlingsbewegung 2015 auch diese Räume insbesondere für für flüchtende Frauen und Mädchen aufzumachen genau nächste Folie bitte ah ja danke zum letzten Folie gibt es noch was zu sagen kann ich mir noch mal zeigen oder ist sie schon weg ich kann es auch erzählen da ist nämlich links unten im Eck die Zertifizierung vom Audit Beruf Familie es ist natürlich schon so dass wenn man von den anderen Gleichstellungen fordert das Unternehmen und das tut das AMS und setzt sich sehr dafür ein natürlich die Frage ist wie schaut es auch intern aus und da sind wir schon sehr stolz dass wir erstens 50 Prozent Frauen in Führung haben und jetzt auch als Unternehmen zertifiziert worden sind das Vereinbarkeit ermöglicht also es gilt der Grundsatz wie innen so außen und ja es gibt auch andere öffentlichkeitsnahe die sind wir haben das nicht sag ich mal gut danke danke schön ich möchte an der Stelle weil sie inzwischen zu uns gestoßen ist unsere First Lady herzlich begrüßen der ist in Dauer auch dabei Gott mich sehr hallo ja ein paar Dinge also das waren jetzt zwar sehr viele Zahlen Daten Fakten die sich mehr auf diese unselbstständigen Frauen bezogen haben aber es gibt ja einiges was gleich ist meiner Ansicht ja nämlich die Themen Berufswahl oder Branche in der man tätig ist oder Frau in dem Fall und das Thema Teilzeit ich glaube das ist auch eines das bei den selbstständigen Frauen hinein wirkt in die schlechte Einkommenssituation das ist dort zwar nicht abgebildet weil es gibt ja keine Teilzeit Selbstständigkeit die irgendwie vermessen wird aber dass die Einkommen so schlecht sind hat sicherlich auch damit zu tun und auch natürlich mit der Familienarbeit die geleistet wird von den UnternehmerInnen wobei was ich ja spannend finde ist es ist so dass offensichtlich sehr sehr wenige die Kinder während der Selbstständigkeit bekommen sondern in der Regel Frauen zuerst Kinder bekommen und dann sich selbstständig machen und oftmals auch aus der Situation heraus dass es eben keine adäquate Betreuungsmöglichkeit für die Kinder gibt also das ist etwas was mir am Land sehr oft begegnet wo mir oft Frauen sagen ja was soll ich wenn ich einen Halbtags Kindergarten habe wenn ich die Vorzeiten noch dazu rechnen muss möglicherweise muss ich 30 Kilometer irgendwo hinfahren in die nächste Bezirkshauptstadt geht sich einfach nicht aus einen sinnvollen Job dann zu machen macht man sich selbstständig und oft ist es dann so dass das eben auch eher im Dienstleistungsbereich angesiedelte Tätigkeiten sind oder beispielsweise ein klassisches Beispiel die KunsthandwerkerInnen sind oftmals die dann zuerst bastelt man was für einen Ostermarkt und aus dem entwickelt sich dann ein Geschäft nur das Problem ist dass diese diese Branchen keine sind in denen die hohen Stundensätze erzielbar sind auch für die selbstständigen Frauen und insofern bildet sich das dann natürlich auch wieder in der Einkommenssituation ab also das sind Problemstellungen die egal ob selbstständig oder unselbstständig beide Gruppen haben das selbe Thema am Ende des Tages ich weiß nicht was ihre Erfahrung oder ihre Wahrnehmung dazu ist weil es gibt über das nicht alles so klare Zahlen, Daten, Fakten aber zumindest ich nehme das so wahr in den vielen Gesprächen mit den Frauen Ja, Sie haben völlig recht also die Kinderbetreuungssituation in Österreich ist gelinde gesagt eine Katastrophe jenseits von Wien also in Wien ist alles anders wir merken das nicht so wie wir in Wien leben und in Wien findet man eine Lösung außerhalb von Wien und außerhalb der Ballungszentren ist es tatsächlich dramatisch und ich sage jetzt einmal auch das sind Arbeitsplätze also was mir unverständlich ist ist dass es nicht möglich ist offenkundig in einem hochzivilisierten Land ein Problem das so viele Menschen in dem Land haben zu lösen also ich weiß nicht was es braucht es ist jetzt schon so dass die Wirtschaftskammer mit der Arbeiterkammer gemeinsam und dem AMS fordert es braucht eine Kinderbetreuung auch für die unter Dreijährigen man könnte damit es wäre eine Arbeitsmarktoffensive weil es sind Jobs und es braucht nicht nur Betreuung es geht um Kinderbildung es geht auch darum dass dieser Abstand der in den vergangenen Jahren größer geworden ist in der Schule nämlich wenn Kinder Akademiker Kinder natürlich leichter Zugang zu Bildung und zu Ressourcen haben als bildungsfernere Familien das gilt es aufzuholen es geht um Chancengleichheit und da ist Kinderbildung und Elementarpädagogik einfach der Schlüssel dazu und das wäre eine offensive wert das wäre wert dass man parteiübergreifend einen Schulbeschluss macht und wirklich fordert es braucht jetzt Kinderbetreuung in ganz Österreich für alle weil das ist unerträglich also jetzt die Corona-Krise hat dieses Thema so verschärft ich bin vielleicht auch deshalb im Moment so politisiert weil ich gerade in dieser Woche eine Veranstaltung mit der Plattform der Alleinerziehenden gehabt habe und da hört sich das dann alles noch einmal ganz anders an das ist schon dramatisch und es ist eben ziemlich lustig und es gibt im Lande so Erscheinungen dass der Gemeindekindergarten sagt naja wenn sie keinen Job haben dann haben wir keinen Kindergartenplatz ja und das AMS sagt dann naja sie müssen schon eine Bestätigung bringen dass sie keinen Kindergartenplatz haben sonst müssen sie auch vermitteln und vermitteln können sie erst wann die Kinderbetreuung geklärt ist sonst können wir sie nicht vermitteln in Wien wird dieses Spiel nicht mehr gespielt aber ich weiß dass das immer noch eine beliebte Unterhaltung ist für manche also die Frauen und auch bei dem Thema ich habe es mit den Alleinerziehenden diskutiert und heute mit Sozialpartnerinnen werden die Frauen im Kreis geschickt also man landet bei Landesrätinnen Gemeinderätinnen das geht hin und her Sozialpartnerinnen und ist wieder am Ausgangspunkt mit der Frage wer ist dafür zuständig niemand also und der völlig falsche Zugang ist dass die Gemeinde sagt naja tun wir mal den Bedarf erheben schauen wir mal ob wir das brauchen beim Fußballplatz brauchen wir eh also das ist eh ganz klar dass wir das brauchen aber Kinderbetreuung schauen wir mal es gibt ja nicht so viel es müsste umgekehrt sein sie müssen proaktiv anbieten dann kämen wesentlich mehr Frauen auf die Idee das auch in Anspruch zu nehmen und sich vielleicht auch aus belastenden Beziehungen zu emanzipieren wie das sehr erforderlich ist manchmal auch am Land also das und da fehlt ein völliges Verständnis wie manche Dinge in die Wachschale geworfen werden die miteinander nichts zu tun haben und die in der Wertigkeit nicht vergleichbar sind es geht um zu überleben bei den Frauen und am Fußballplatz glaube ich nicht es ist ja ein bisschen dieses Henne-Ei-Thema ja das ist es auch in anderen Politikfeldern wie beispielsweise beim öffentlichen Verkehr gibt also King Kong wird gerne gespielt wenn man eigentlich nicht will es ist etwas zu tun würde ich jetzt mal sagen so ist es ja so ist es das heißt es braucht enorm viel Druck ja das Thema Kinderbetreuung ist eines das uns schon lange beschäftigt aber momentan akut und sehr viel diskutiert wird das Thema Arbeitsmarkt also Zugang zum Arbeitslosengeld der Selbstständigen was nämlich ganz wenige wissen ist das dass sie eben überhaupt einen Zugang hätten zu einem Arbeitslosengeld wobei Achtung Falle man kann nicht Fertifaltungen und Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung gleich beziehen also Achtung Achtung entweder oder aber es wird auch eine Zeit nach Härtefall oder sonstiger Unterstützungsleistungen geben auch da wird es relevant werden dass Unternehmerinnen und Unternehmer die nicht so schnell wieder ihr Geschäft in die Gänge bringen weil es eben länger dauert und das wird so sein in manchen Branchen dann irgendeine Form von Unterstützung brauchen damit sie ein Einkommen haben von dem sie leben können und da ist natürlich das AMS eine Möglichkeit meines Wissens nach sind es ungefähr 90% der Selbstständigen die Anspruch hätten auf Arbeitslosengeld das hat mir der Karl-Heinz Kopf mal gesagt in einer Besprechung mit ihm also wirklich sehr sehr viele hätten diese Möglichkeit und sollten das dann auch nutzen meiner Ansicht nach zumindest als Übergangslösung eine Frage die wir da schon jetzt dazu im Chat haben ist wie Karin Schnitzer sagt sie hat verstanden aus der Präsentation heraus dass man mit aufrechter Selbstständigkeit keine Fördermöglichkeit für Weiterbildung durch das AMS hat wie schaut das wirklich aus? Ja also die Zielgruppe beim Arbeitsmarktservice sind die arbeitslosen Personen arbeitssuchende Personen die Selbstständigen sind im Moment paradoxerweise wenn sie nicht ex definitione arbeitslos sind jetzt nicht die primäre Zielgruppe das ist richtig aber meine Abteilung hat ein ein höheres Ziel nämlich die Frauen besser zu qualifizieren und wir auch die AMS-Ziele gezeigt haben gibt es da Ziele die noch andere Ziele und das heißt dann wiederum dass es Einrichtungen gibt für Frauenberufszentrum und Information also Berufsinfozentrum wo man sich erkundigen kann und wo man schon eine Anlaufstelle hat um herauszufinden was ist jetzt mein mein nächster Schritt und was bietet das AMS tatsächlich an aber die die Zielgruppe sind arbeitslose und arbeitssuchende Personen gemeint ist unselbstständige Erwerbstätigkeit und es gibt natürlich ein das Unternehmensgründungsprogramm beim AMS das wird auch vom AMS her angeboten aber da ist auch die Voraussetzung dass man vorher arbeitslos ist und wenn man dann die Voraussetzungen erfüllt dann ist das eine Möglichkeit aber das ist was anderes und das ist glaube ich momentan auch gerade im Moment nicht so das Thema nein würde ich jetzt sagen insgesamt also ich habe mich ja dem Thema intensiver gewidmet schon im letzten Herbst nämlich vorausschauend auch diese Zeit nach der der strengsten Krise das haben wir mal so und die Zeit wieder auffordern wieder und habe mir das genauer angeschaut und bin dann fündig geworden auf der Website des AMS dass es nämlich sehr wohl die Möglichkeit gibt ein Gewerbe aufrecht zu erhalten und einen AMS gleichzeitig zu haben allerdings ist es so dass da sehr strenge Grenzen der Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit einzuhalten sind also das ist ein extrem enges Quassett das an sich der Realität wie man selbstständig arbeitet gar nicht entspricht ich habe deswegen auch schon beim Minister Kocher vorgesprochen damit man das umständlich adaptiert weil ich glaube es braucht gar nicht wahnsinnig viel um das praktikabler zu machen um eine Überbrückungsphase herzustellen und dann möglicherweise doch wieder ins selbstständige Arbeiten zurückgehen zu können aber was ja das wünschenswerte wäre dass man diese Zeit dann auch nützen kann für Fortbildung natürlich wenn ich es richtig verstanden habe müsste es ja aber in dem Moment wo ich den Arbeitslosengeld ansprach geltend mache auch möglich sein die Fortbildungen des AMS in Anspruch zu nehmen ja sofern sie arbeitsmarkt politisch sinnvoll sind genau also genau aber ich meine was was nichts bringt wird man sowieso im Normalfall nicht machen also das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage der Beratung und der Vereinbarung die man mit den Betreuerinnen und Betreuern beim AMS macht oder? es ist vor allem eine Frage wie kann ich die Weiterbildungsdatenbank auf der AMS Homepage selbst gut nützen weil davon auszugehen wenn das im Moment sehr orme Beraterin irgendwo in Wien oder sonst am Land das gesamte Spektrum des Weiterbildungskonzerns des AMS auswendig parat hat genau für die Person in dem Moment ist ein Anspruch der sehr hoch ist das heißt ich kann nur jeder Person raten die zum AMS kommt und daran denkt sich dort auch qualifizieren zu lassen vorher die Homepage wirklich gut anzuschauen aufzuschauen was bietet das AMS an und dann gezielt zu fragen dann ist man schon einen Schritt weiter weil die Berater Beraterinnen die haben sieben Minuten Zeit für die Beratung also wir sind beim Thema Ressourcen für das AMS die sind alles andere als ausreichend und ich kann nur allen raten die eben selbstständig sind und die das Gewerbe nicht zurücklegen möchten oder also jedenfalls versuchen wollen parallel dazu wieder zurück zu kommen sich genauestens beraten zu lassen wie die Zuverdienstmöglichkeiten sind momentan und hoffentlich also wir arbeiten ja eben daran dass das verändert wird und verbessert wird dass es dann ein bisschen praktikabler ist wenn es wirklich dann fort auf fort kommt und wenn die Hilfsmaßnahmen auslaufen aber da braucht es noch ein bisschen was aber wie gesagt es gibt Möglichkeiten aber man muss wirklich genau schauen wie man das wie man das handelt wir haben eine Wortmeldung die gerne mündlich gemacht werden würde ich würde jetzt die Anja Heider-Wallner bitten dass sie ihre Frage stellt Entschuldigung jetzt war ich so überrascht jetzt komme ich kurz zu ja ich möchte eigentlich mein Fallbeispiel die Sabine kennt eh schon schildern weil es auch zum Ausdruck bringt wie tricky die Situation ist ich bin seit 2004 selbstständig und war jetzt ein Jahr auch im AMS-Kontext und BFI beschäftigt und habe das genutzt Teilzeit neben der Selbstständigkeit und habe das genutzt Bildungskarenz auch dran zu hängen und damit hat der Spießroutenlauf begonnen weil ich musste mein Vollversicherungsverhältnis bei der SVS zurücklegen oder kündigen damit ich überhaupt AMS-Bezug bekomme das heißt aber auch dass ich geringfügig theoretisch gar nicht selbstständig zu verdienen mehr darf wenn ich das kündige kann aber von 730 Euro im Monat nicht leben das ist nämlich das Bildungsgeld das ich bekomme ich habe noch dazu das Problem dass ich ja nachmelden muss meine geringfügigen selbstständigen Einkünfte das von der Höhe her kriege ich hin aber es braucht ein bisschen bis die Belege geordnet sind bis die Buchhalterin das ins Programm eingibt kann auch damit leben dass das Geld zwei Wochen später kommt wo ich jetzt drauf gekommen bin ist dass ich in diesen zwei Wochen nicht sozialversichert bin und das ist bei mir jetzt so aufgetreten dass meine Tochter in einer Klinik war und ich dann von der ÖGK ein Schreiben bekomme dass die Klinikkosten nicht übernommen werden können weil ich nicht sozialversichert bin das heißt ich wusste das auch nicht und das schafft für mich schon eine Situation eigentlich sollte ich mich meinem Studium widmen ich bin aber wahnsinnig viel am Herumtelefonieren die Dinge klären Nachrichten schreiben schauen wie ich das besser manage also ich finde das ist eine unglaubliche Hürde und es ist auch eine Benachteiligung gegenüber uns selbstständig Beschäftigten weil die sind durchgängig für dieses Jahr das näher genehmigt wurde die sind durchgängig sozialversichert die kriegen hier Geld wenn sie brauchen die dürfen auch danach ich habe es jetzt heute so ich sehe das zufällig ausgegangen dass das jetzt ungefähr das Kalenderjahr 2021 ist aber ich bin auch Beraterin in Gründerinnenprojekten und da ist es schon so wenn das endet im Juni und sie haben vorher schon ein bisschen geringfügig dazu verdient dann dürfen sie auch bis Ende des Jahres nicht mehr als die Geringfügigkeit verdienen oder sie müssen den AMS-Bezug zurück also sogar wenn es über ein paar Euro drüber ist und wenn ich aber unselbstständig beschäftigt bin nach dem AMS-Bezug kann ich 3.000 Euro netto verdienen und es wird mir auch nicht weggenommen also das sind so also das dient eigentlich nicht der Überbrückung von Zeiten die schlecht sind weil ich muss das ganze folgende Jahr eigentlich mit bedenken oder auch das Jahr das schon davor war weil das wird ja im Endeffekt auch nicht berechnet ja das stammt noch aus Zeiten wo man sich gewisse Philosophien leisten konnte die im Moment überhaupt mit der EBU-Struktur die in Österreich so vorherrschen die es überhaupt nicht mehr passt aber das ist samt und sonders Politik sage ich mal also das AMS kann Wähler des ALVG ändern noch im Wesentlichen die Förderregeln ich meine die machen wir zwar intern aber die großen die großen Flöcke sind da eingeschlagen ja es geht darum schon politisch auch zu fordern im Moment also und ich kann das nur unterstützen also es braucht vor allem für die EBU und für die für die kleinen UnternehmerInnen und und Einzelpersonen UnternehmerInnen jedenfalls etwas also das zeigt auch diese Krise die Krise bringt einfach das hervor was vorher schon nicht passt hat und im Moment ist es extrem und es kriegen überwiegend die Frauen ab das muss man schon so festhalten aber das ist die Politik und da muss man wirklich glaube ich Druck machen weil es geht im Moment ganz schön ans Eingemachte der Punkt ist dass einfach früher dass alles mehr oder weniger Einzelfälle waren wo solche Thematiken aufgeschlagen sind und deswegen ist ja die gesamte Logik wie für Selbstständige überhaupt diese Bezüge geregelt sind überhaupt nicht adäquat sondern orientiert sich an dem wie unselbstständiges Arbeiten funktioniert und genau das ist eben der Punkt worum ich mich eben auch beim Minister gemeldet habe und das Gespräch gesucht habe um ja zu machen da gibt es eine Gruppe die nicht klein ist die wahrscheinlich sowieso aufschlagt im System weil wenn man sich anschaut aus den Zahlen der Härtefallfonds Bezieherinnen ergibt sich dass in etwa naja zwischen 20.000 und 40.000 Personen im vergangenen Jahr praktisch kaum selbstständige Einkünfte erzielen konnten und das sind auch die Branchen die natürlich dann auch in den kommenden Monaten sich schwer tun werden das ist völlig logisch dass das so ist weil das sind die die an dem Tourismus dranhängen beispielsweise oder eben am gesamten Eventbereich wo kein Mensch weiß wie schnell das wieder funktioniert ob das in der Dimension überhaupt wieder zurückkommt wie es war das heißt diese Gruppe ist extrem gefährdet wirklich arbeitslos zu sein auch die Selbstständigen und die kommen ohnehin beim AMS an das ist das was immer zu vermitteln der Minister weil die werden auf diese neue also von 90% von denen oder wie viel es dann auch immer sind werden dann ihren Arbeitslosengeld in Bezug in Anspruch nehmen müssen logischerweise und dann ist es eben die politische Entscheidung möchte ich dass die wieder unternehmerisch tätig sein können in Zukunft oder nicht wenn ich das möchte dann muss ich das mit dem so adaptieren dass das funktionieren kann das ist genau das Thema das ich mit dem Minister eigentlich habe im Moment Ja Man darf einfach nicht vergessen dass all diese Regeln zu Selbstständigkeit aus einer Zeit stammen wo das Bild des Unternehmers und ich sage es bewusst so des Unternehmers ein völlig anderes war ja und da hat es auch nicht so viele Epos gegeben das ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre dass das so massenhaft zugenommen hat und dass das vor allem ein Frauenthema geworden ist es sind ja auch sehr viele Jobs die früher unselbstständig erwerbstätig veranstaltet worden mittlerweile eine selbständige Tätigkeit also das hat es ja früher so in dieser in dieser Häufung nicht gegeben und aus dieser Zeit stammen aber die Regeln und stammt dieses Korsett das sehr eng ist und das im Moment überhaupt nicht passt überhaupt nicht also ich erinnere mich an meine eigene Selbstständigkeit und im Vorgespräch haben wir es ja schon besprochen wie man gesagt der Klassenkampf findet in mir statt also ich war damals mit ein paar Stunden sehr wenigen Stunden im AMS immer noch beschäftigt und überwiegend selbstständig als Unternehmensberaterin und habe so richtig gespürt wie diese zwei Welten in mir aufeinandertreffen und das ist ja das ist glaube ich für viele jetzt die Realität ganz einfach also dass dieses klassische Bild des Unternehmertums das man das man vielleicht vor 30 Jahren noch hatte das passt nicht mehr sie sagen aber von Well dieser EPO ist natürlich nicht unselbstständig erwerbstätig sondern was eigenes aber eigentlich ausgelieferter einer Krise wie dieser noch viel mehr als jede unselbstständig erwerbstätige Person und das das ist das hat man einfach übersehen das ist jetzt prominent und da muss man auch wirklich was machen das ist gar keine Frage absolut zumal es eben gerade in dem Segment extrem viele Frauen betrifft genau das Thema für mich rund um den Frauentag auch so ein wichtiges ja ja ich sehe dass wir keine Fragen im Chat haben die wir abarbeiten müssen es ist auch die Zeit die wir uns vorgenommen haben abgelaufen und ich finde immer dass man zum Veranstaltungen kompakt halten sollte deswegen will ich jetzt nicht unnötig das ist vielleicht das falsche Wort aber jedenfalls ausdehnen künstlich und sage einfach dann an dieser Stelle wirklich danke für ihre Zeit für das interessante Gespräch und viele wichtige Informationen die ich hoffe die wir hier vermitteln konnten ich möchte zum Schluss noch ein paar Hinweise machen in eigener Sache das erste ist wir haben als gute Wirtschaft einen Newsletter den man beziehen könnte ich glaube die Annalena stellt in den Chat hinein wo man sich da anmelden kann da gibt es immer viele Informationen zu allen möglichen Themen politische Inhalte selbstverständlich auch aber auch sehr viele Veranstaltungshinweise grundlegende Informationen die wichtig sind für Unternehmerinnen und Unternehmer und wir haben auch noch andere Veranstaltungen rund um den Frauentag jetzt am 16.3. geht es um Einkommensgerechtigkeit also warum Frauen weniger verdienen am 17.3. haben wir eine Veranstaltung unter dem Titel Fit und motiviert statt Krisenschlapp also da geht es um den inneren Schweinehund und bei Frauen oftmals dann auch noch der Schweinehund Hausarbeiter den man überwinden muss am 20.3. veröffentlichen wir einen Podcast den lege ich allen sehr sehr ans Herz im Moment wo es um das Thema Geld geht und zwar nicht im Sinne von Finanzberatung sondern was bedeutet Geld für mich und wie schafft es Geld nicht so hoch emotional aufzuladen sondern einfach einen sachlichen Umgang damit zu finden und da werden wir dann auch noch einen Workshop in der Folge ausschreiben wo man das so praktisch üben kann ja und somit bleibt mir nur mehr übrig einen schönen Abend zu wünschen und allen viel Mut zu zu sprechen weil Zukunft wird aus mitgemacht schönen Abend auf Wiedersehen danke für die Einladung nochmal danke danke wiedersehen